So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play. Heute ist Pac-Man dran, ein echter, echter Klassiker. Den hat bestimmt schon euer Vater oder sowas gespielt. Ziel des Spiels ist es... Oh, wenn ich das schon höre... Ja, diese grausame Musik und die echt schlimme Sound-Untermalung gehört einfach dazu. Ziel des Spiels ist es, alle kleinen Punkte in diesem Labyrinth zu fressen. Und den Geist dann auszuweichen. Also wir sind diese fressende Pampelmuse da. Und... Ach, komm, immer dieser scheißrote Geist. Ey, soll er mal vorbeikommen, kriegt er aufs Maul. Oh, bin ich schlecht. Ja, eine Tasse Tee, LP hat nicht mehr hingepasst. So, go back. Und wenn ich die... Und wenn ich diese fetten Punkte einsammle, kann ich die Geister fressen. Und jetzt versuche ich mal weiterzukommen. Das ist ein Highscore-Spiel. Nur, dass ihr wisst. Und ja, das gehört eigentlich zu den Spielen, von denen nie ein Let's Play erscheinen würde. Weswegen es meine Mini-Let's Play-Reihe gibt. Die euch hoffentlich gefällt. So. So, jetzt kriegt er... Und jetzt rennen die Augen weg. Alla, ich hab noch alle drei Leben, die ich vorher hatte. Hä? Da, haben sie mich eingekesselt, die Spasten. So. Also... Tch. Nein. So, weg mit dir. Friss das. Oh, drei. Jetzt hab ich alle Geister gefressen. Achtung. Alle, alle. Wir kommen aber endlich nach. Sonst weniger ficken. Dann kommen auch weniger... Ja, ja, jetzt. Perfekt. Und jetzt machen wir mal Level 2. Übrigens gibt es genug Online-Rap-Seiten, wo man das Spiel gratis spielen kann. Ich werd euch mal einen Link in die Beschreibung mit reinpacken. Dann könnt ihr das auch mal spielen, wenn ihr Bock drauf bekommt. Ja. Oh, scheiße. Uh. Was sollte mir das jetzt sagen? Man, über Level 2 will ich heute noch hinauskommen. Bei Level 2 war ich noch nie. Ich bin einfach zu schlecht in dem Spiel. Ah, da frisst das. Oh, ey. Dieses Getute, Alter. Kratenherzinfarkt, ey. Ah, scheiße. Ja, noch ein Leben. Super, super. Steh ich voll drauf. Hoffen, was es jetzt mir nicht die dummen Geister versauen. Hä? Oh, Alter, sind die bö... Aua. Ja, äh, ja. Super, super, super Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.